aber die lieben Kartoffkassel heute spielen wir League of Legends mit dem Lukas ein Lohr und und ich spiel nur Gott und er den Udi Joky Joky ist der WC ich dreizeh von meiner Kaut gesperrt wurden Naja er muss dann gleich wieder nach dem Intro im Game bis gleich wie soll ich E-Skillen oder? nein R so wir sind wieder im Game beziehungsweise wir sind jetzt im Game äh äh ich hol ich hol ich hol ich hol ich hol ich hol was ist das hier Schussstreck ähm Schussstreck 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 Alter wir machen RIP von der Erde Schussstreck Oha fucks Alter wir machen die einfach alles fertig Nein ich hab die Geh weg Ja ich kill sie Ja Das ist weg für mich Achtung äh ja Weg Kabi Ich bin tot Ich mach die Kabi Schade Ja du machst Kabi Ja du hast Kabi Ja natsch Ah du hast echt gekriegt Wer pisst euch Was tut Alter Ich hab 2-2 Ich hab die einzigen Kills Was Wie schlecht seid ihr He Alter was ist los Wir sind voll schlecht Alle auf den Raka Alle auf den Supporter Oh Gott Spasti Die Lass mal ab Alter Ich komm von der anderen Seite los drauf Ich komm ich komm ich komm ich komm Hier äh denk wie heißt die äh die äh die äh die Pfotze da Alter Alter Ja nice Alter Mich Na kühl ich mich ey Okay 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 Geh weg Alter ich bin tot Alter Ich hab kein Mann aus Ich hab kein Mann aus Alter Luckyfotze Warte ich mach eh Ich geh mit eh rein zum D-Wer Soll ich nee das ist der mich Nein 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 Alter die wird gewohnt Geh weg Alter Ich bin tot Ich hab ein Kühlschin Ach das ernsthaft Alter geh weg Alter geh weg D-Werk 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 Ich hab ja den Kühl nicht bekommen D-Werk D-Werk Alter Jesus schon level 7 Mh mh D-Werk Oh der liegt unter mir Oh oh mein ah ich hab den heil alter ist hä Nami Nami hat mich gekillt hä? ich kann es sofort erkillt alter ich bin zu tot oh schwulei alter ich klasche ich klasche ich klasche ja ich hab mich gekillt oh alter die ganze Supporter kommt ich hole sie mehr ja ich hole sie mehr ja das gibt's aber wahrscheinlich oder alter wahrscheinlich der pill sich Timo oh jetzt glaub ich Flash oder alter Quarto Kill im Ernst Timo verpillt was macht Timo ok ok doch warte oh alter es stimmt ey es ist halt fetter oder oh alter hier stimmt oh alter in Ernst tötet die doch oh alter oh endlich he oh oh was machen wir jetzt noch äh ja spielen oh shit wir werden sterben wir werden sterben wir werden sterben wir schicken uns hier einfach Timo Pilz wir schicken uns hier einfach Timo Pilz neben dich he 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 wir schicken uns hier beim Timo Pilz ohhh daneben ne da ist der Timo Pilz weg gut gemacht he he oh alter 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 schicken uns da einfach da ist das rater äh hier fokus siehst du stärkt ja oh alter alter Dachi Achtung Dachi Warte ich kann es nicht 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 der pilz sich oh oh schade vor euch geht da voll die Party ab da oben oder ich hab was voll die geile Idee gehabt was läuft da wieder ahaha lol executed warte ich tue gleich Posse oh ich tue Posse die Base ha alter du hast aber nicht den Kill gekriegt Alter wie stark so Racken weil die killen uns alle ja ich hab einfach ein Posse in die Base äh reingeholt alter oh hä wie hä das geht doch gar nicht jetzt kannst du nicht oh alter oh alter die Rift ist so scheiß gefeedet alter ich hab alles getankt ALLE HEM GETANKT ALLE HEM GETANKT alter alter nice alter alter was entschulde mir jetzt alter was die killt mich einfach die killt mich einfach ein wir haben natürlich gewollt die die das steht für victory also ja ähm ja ich würde sagen bis zum nächsten Mal ciao Leute sagtschau was tschau ja 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 tschau tschau